Hallo zusammen, mein Name ist Joe Huseer. Ich bewirtschafte zusammen mit meiner Frau Silvia den Hof Haltwil in Hagedorn, das liegt im Kanton Sog. Ich stelle euch hier die QBA vor. Die QBA ist ein Bigsten und von der Mutterseite her ein Prelude. Im Juli ist sie 15-Jährig geworden. Sie hat in ihren Flaktationen im Durchschnitt immer etwa 11'000 Kilo Milch gegeben. Aktuell hat sie eine Lebensleistung von 140'000 Liter mit 3,9 Fett und 3,5% Eiweiss. Zusammen hat sie in ihrem Leben mehr als 10 Tonnen Fett und Eiweiss gegeben. Die QBA bedeutet mir sehr viel. Wir hatten viele spezielle Kühe, aber sie werde ich sicher nicht vergessen. Sie ist sehr ungänglich im Handling. Sie ist einfach sehr funktional. Sie ist immer zu weg. Sie ist immer gut aufgelegt. Und selbst wenn ich am Abend die Kontrolle mache, kommt sie mir entgegen zu laufen und möchte noch ein paar Streicheleinheiten. Was ist das? Bis dahin! Vielen Dank.